Alkofaschister! Artifaschister! Das nächste Lied ist über einen heutigen Ministerpräsident, der kurz vorher noch Innenminister in Brandenburg war. Er hasst die Dödelhaie persönlich und hat uns einen lieben Brief in einer Zeitung geschrieben. Der Herr Woidke hat wortwörtlich geschrieben, die Dödelhaie sind links extreme Hassmusiker und die haben in meinem Bundesland nichts verloren. Und dann hat er unser Einreiseverbot auferlegt und wir haben gesagt, Herr Woidke, wir können lieb sein, Herr Woidke. Wir können nett sein, wir können unglaublich diplomatisch sein, wir können ihn sogar in Kuchen backen, möglicherweise. Aber jetzt haben Sie den Bogen überspannt. Wenn Sie linksextreme Hassmusik haben wollen, dann bekommen Sie linksextreme Hassmusik. Wir wollen schnell uns doch nur beschweren, bitte an die Konkretette. Und im Zuge des Erklären, ob denn auch ein Wunder fällt. Selbstverständlich nur symbolisch, schnell vertreten über den Staat. Selbstverständlich nur symbolisch, schnell vertreten über den Staat. Die Läden, die Läden, die Läden sind der Tod. Denks muss leben und passen zu sich. Denks muss reden und passen zu sich. Denks muss reden und passen zu sich. Denks muss reden und passen zu sich. Hassmusik! 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 Wir sind ja keine blanken Türme Und fürs Nicht-Dem-Nicht-Elevant Wir sind nur kurz zum Vertronen Für ein wunderbares Blut Unsere Lieder sind die Waffen Jeder Ton als Niederstand Ja, keiner steht im Westen Für den Stahl und Vaterland 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 Untertitelung des ZDF, 2020